Heute um 16 Uhr ist es soweit, da fällt der Startschuss für alle diejenigen, die bisher gesagt haben, Nahrungsergänzungsmittel sind mir zu teuer oder durch die Sortimentsbreite finde ich mich gar nicht zurecht. Deshalb bieten wir drei Produkte an. Das erste Produkt, der Delicious Booster, für all diejenigen, die sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Power, mehr Energie, ich bin ein bisschen müde, ein bisschen antriebslos, ich will mehr Fettverbrennung, ich will mehr Kraft und mehr Muskelaufbau. Das ist unser Premium-Produkt, der Delicious Prime Booster. Für all diejenigen, die sagen, ich habe dauernd zu kämpfen mit meinem Immunsystem, mit meiner Gesundheit, die greifen auf das Delicious Vitamin zurück und aktivieren, stabilisieren, unterstützen ihr Immunsystem. Und für all diejenigen, die sagen, ich habe Probleme mit dem Abnehmen, der Hunger quält mich immer ein bisschen und ich brauche ein Nahrungsergänzungsmittel Shake mit wenig Kalorien, das Ganze schnell verstoffwechselbar und leicht verdaulich, die greifen auf das Delicious Protein zurück. Auf alles. 25 Prozent. Wir haben ja Dauerhaftprodukte auch um 25 Prozent bereits gesenkt. Wenn ihr da nochmal 25 Prozent abzieht, seid ihr bei 50. Und wenn ihr dann nochmal 10 Prozent abzieht, die ihr auf alle Bundles habt, dann seid ihr bei 60 Prozent. Also deshalb greift ruhig zu den Bundles. Euer Sascha. Um 16 Uhr geht's los. Delicious Supplements. Ciao.